Herzlich Willkommen zu unserem neuen Format, Matten für die Community. Wie ihr euch sicherlich erinnert, haben wir in der letzten Woche ein Gewinnspiel ausgerufen, bei dem die schönen Matten von CCG gewonnen werden konnten. Dafür habt ihr fleißig kommentiert und hier sind nun die Gewinner. Die DDD-Matte geht an Dirk Isso. Unsere schicke Ibis-Formatte geht an Smi... Na, nein. Ich hasse dich. Ich hoffe, du brinnst. Und zu guter Letzt, die DDD-Matte geht an Moritz Döbertin. Die Gewinner melden sich bitte innerhalb einer Woche unter matzap2016 at gmail.com mit ihren Daten. Andernfalls werden die Preise neu vergeben. Ich hoffe, die Gewinner freuen sich über ihre Preise und auch alle, die nicht gewonnen haben, nehmen das nächste Mal teil, falls wir wieder ein Gewinnspiel veranstalten. Das war's auch schon mit unserem lustigen kleinen neuen Format. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.